Pünktlich zum Rosenmontagsumzug der Naumburger Narren strahlte die Sonne mit voller Wucht und bescherte den rund 7.000 Besuchern beste Sicht auf die 24 kunterbunten Fuß- und Wagengruppen. Wir wollten noch näher ran und mischten uns diesmal mitten unters Marschieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017